Herzlich willkommen zum Einführungsvideo organisch bedingte Störungen. Mein Name ist David Leutgib. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du dir das Thema F0 am besten strukturierst, wie du lernst. Wenn du noch nicht genau weißt, wie du vorgehen sollst, dann schau dir bitte unser allgemeines Einführungsvideo zum Ablauf des Intensivtrainings an. Da erkläre ich dir genau, wie du bei jedem Thema am besten lernen kannst. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los und schauen uns an, was gehört eigentlich alles zu F0. Wie können wir uns das strukturieren? Die F0 ist eigentlich erstaunlich klein, dafür, dass sie so ein bisschen ein Angstthema von vielen Prüflingen ist. Wir unterteilen es uns in die akuten Störungen. Da ist das Wichtigste natürlich das Delia. Das Delia ist besonders prüfungsrelevant, wird immer wieder gefragt. Die weiteren akuten Störungen sind ein bisschen prüfungsrelevant. Das amnestische Syndrom, das lernt man vor allem im Kontext vom Alkohol immer. Da wird der Corsakoff genannt. Das ist ein Synonym für das amnestische Syndrom. Also das finden wir beide diese ersten Krankheitsbilder, Delia und amnestisches Syndrom, finden wir sowohl in der F0 als auch in der F1. Wir lernen es jetzt, dann haben wir die Symptome, dann wissen wir es für die F1 auch, weil die Symptome unterscheiden sich dann nicht mehr. Nur die Ursachen unterscheiden sich dann. Ja, und dann gibt es andere Erkrankungen in der F0. Das heißt, wir haben ja gelernt, jedes psychische Symptom kann organisch bedingt sein. Und deswegen gibt es diese Gruppe in der F0 anderer Erkrankungen. Das heißt, eine organisch bedingte Depression wäre da drin, eine organisch bedingte Schizophrenie wäre da drin, aber auch eine organisch bedingte Persönlichkeitsstörung finden wir in der F0, wenn es eben eindeutig einen Gehirntumor oder eine Hirnhautentzündung oder irgendetwas als Ursache für die psychischen Symptome gibt. Der zweite Bereich sind dann die chronischen Störungen, also wir sagen Demenzen, weil die eigentlich alle mit einem demenziellen Syndrom einhergehen. Und da schauen wir uns natürlich dann die einzelnen Subtypen an, das heißt Alzheimer, vaskulären Demenzen und die sonstigen Typen. Grundsätzlich ist das das Wesentliche, was wir für die F0 zu lernen haben. Und jetzt gebe ich dir noch ein bisschen eine Idee, wie du diese großen Themen dann strukturieren kannst. Zum Beispiel kannst du das so machen, dass du eine Zusammenfassung machst für den Überblick, dass du einfach einen Überblick hast, was ist F0, was gibt es allgemeine Infos zu wissen, was sind typische Syndrome bzw. was sind da für Krankheiten drin. Dann machst du dir einen Überblick zum Delir, eine Zusammenfassung zu den Demenzen und eine zu den unterschiedlichen Formen der Demenzen. Dann hast du maximal vier kleine Zusammenfassungen in Mindnaps, die auf einem Blatt passen, wo du alles drin hast. Zu den Krankheitsbildern kannst du es dir eigentlich ganz gut strukturieren. Erstmal so eine allgemeine Beschreibung, also da kannst du zum Beispiel die Definition rein. Das Delir ist eine akute, organisch bedingte, reversible Psychose. Dann Kategorie und Verlauf. Das haben wir mit akut schon abgegolten. Kategorie ist ja in dem Fall klar, auch F0. Dann die wichtigsten Symptome zu nennen, also das wären jetzt beim Delir, Bewusstseinsstörung, vegetative Störung, Orientierungsstörungen und die optischen Halationen bzw. Illusionen. Dann entscheidende Merkmale, das ist jetzt beim Delir, dass es zum Beispiel alkoholbedingt oder durch Entzug auftreten kann oder direkt organisch bedingt aufgrund von unterschiedlichen organischen Ursachen. Ja und das dann natürlich Gefährdungen ist immer ein ganz wesentlicher Punkt. Beim Delir ist es natürlich die Todesgefahr, die stark auftritt. Bei Demenz ist zum Beispiel die Gefahr, die Entwicklung eines Delirs oder die Suizidalität. Und dann die Therapie, das wird jetzt in der Intensivstation behandelt, das Delir. Also du schreibst zu jedem dieser Punkte nur das Wesentliche und Wichtige auf. Du kannst einzelne Punkte auch weglassen, wenn in deiner Zusammenfassung das an einer anderen Stelle kommt oder du das anders beschreiben willst. Das wäre jetzt eine Idee, wie du dir diese Themen gut strukturieren kannst. Denk an die Multiple-Choice-Fragen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns dann im Webinar, wo wir gemeinsam optimale Mindmaps erstellen für die ganzen Themen aus der F0. Bis dann!